Hallo und willkommen bei TipTapTube. Wir sind hier so ein bisschen am aufräumen und haben auch hier Max sein Zimmer ein bisschen umgestellt. Vorher hat er ja den Schreibtisch da irgendwie an der Wand. Und jetzt haben wir hier für ihn die Greenscreen mal an die Wand gepinnt, damit das mal ein bisschen ordentlich aussieht hier. Also Max kümmert sich um seinen Schreibtisch. Mama ist auch hier mit in Gange. Was machst du denn hier? Was ist das denn für ein schöner Schrank hier? Spiele, Spiele, Spiele. SOS Piranha Alarm, Ubongo, Pingu Splash, Spielesammlung, SOS Affenalarm und und und. Ja. Und hier wackelt auch irgendwas. Irgendwer wackelt hier unter der Decke. Ein Wackelpeter. Wollen wir mal gucken, wer da drunter ist. Moischen, hilfst du mit hier beim Aufräumen? Die sollten hier mithelfen. Weißt du nicht. Ich könnte vielleicht schon was wieder wegschmeißen und wollen mal runtertragen. Mit mir zusammen vielleicht. Ich weiß nicht, was ich für ein wegschmeißen. Oh, cool. Aber Mama sortiert das ja aus. Oh, Mama. Ach guck mal. Da ist ja das Glockenspiel, ne? Wo ist der Schläger? Ja, der Schläger, glaube ich, ist bei dir im Zimmer. Hatten wir nicht von dem Glockenspiel, ähm, bei diesem einen Verkaufsstand hast du auch mit dem Glockenspiel gespielt? Ja. Mhm. Also fehlt jetzt noch der Schläger dazu? Ja. Ah, ist aber gut. Und Sensor. Mhm. Ja. Spielen wir das? Ja, komm. Der fängt an? Ich fang an. Du bist dran. Meine Finger nimmt dein Weg. Du bist. Okay. Du bist dran. Du bist dran. Ich glaube, ich versammeln das gleich. Das wird auch im Moment ganz einfach. Oh nein. Vielleicht wird links gemacht. So. Wir räumen hier nochmal ein bisschen auf, ne? Ja. Du bist dran. Ja. 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 Hallo. Nein. Wie konnte das passieren? Das war bei der Achterhüse kurz eben so. Wie die? Die sind tolle Funkgeräte, ne? Okay. Funkgeräte? Ja, die hat Max-Nacht. Ja, cool. Die können wir ja mit der Eschrunde nähern. Ja. Hier. Ja, ein Funkgerät. Noch ein Funkgerät. Die und die beiden gehören zusammen. Aber wo ist die Ladeschale? Ja, cool. Mit Ladeschale. Das ist die Ladeschale, ja. Ach so, eine Batterie? Nur Batterie? Nur Batterie? Oder wird das nicht? Ich glaube, das ist mit dem Ladeschale, das Batterieladegerät. Ach so. Wo ist das Kabel hier für? Wir nehmen das auch mit. A-C-I-Punkt-O-V. Ja, Max. O-V. Ich glaube, du verlierst hier gleich ein paar Spielsachen. Ja. Hat dann mehr Platz. Muss man überlegen. Von Geräten sind schon weggegriffen. Ja. Wo ist das Kabel? Das hier ist doch, das ist für dieses Teil. Ja? Nein, ist das lieb. Das finde ich draußen. Ich brauche Strom. Da ist ganz in der Ecke Strom. Hier, äh, Moisi, brauchst du das hier? Vielleicht nicht. Was ist das? Was ist das denn jetzt? Soll das alles runter? Ja, das sind so. Aber es ist noch nicht alles aussoziert. Aber du kannst ja nicht immer mehr draufpacken. Das kriegen wir ja gar nicht mehr mit. Nee, dann muss ich noch einen zweiten Korb. Das hier ist für die. Und was soll das unten denn? Also diese wollen die beiden gar nicht mehr haben. Hier sind so, ähm... Hier, könnt ihr mal gucken. Star Wars Sammelkarten. Ja, aber die sind ja noch von Max, ne? Die sind ja schon so ein bisschen älter. Alter Schwede, wie viele sind das? Es sind, äh, veralben. Mama, das ist das! Hier ist dieses Teil hier rein. Oh, das ist ein bisschen Kopfhörer. Das sind die Kopfhörer. Guck mal, ich trag jetzt mal irgendwas runter hier, ne? Ja. Ja, lass ich dir den Kopfhörer. So, wir räumen hier noch ein bisschen weiter auf. Und nachher zeigen wir dir mal, wenn's fertig ist. Ja. Und tschüss, sind wir hier echt schon mal ein bisschen weiter. Ja. Zeig her, was hast du aufgeräumt? Aufgeräumt. Also jetzt sind erstmal die ganzen Sachen, die runter sollten, sind jetzt auch. Und? Sind die da eigentlich noch irgendwo, die da rum sind? Mama hängt in den Seilen. Ja, okay, dann fliegt da alles so unten rum. So, die ganzen Spielzeuge haben wir vorhin hier noch auf dem Fußboden gestanden. Äh, die sind alle wieder im Schrank drin. Ja. Oder? Was du nicht mehr haben wolltest, ist, glaub ich, weg, ne? Ich weiß nicht, was man da rauskommt. Und eigentlich hatten wir vor, Max' Arbeitsplatz hier ein bisschen zu verbessern. So sieht's ja jetzt aus hier. Ja. Die Greenscreen, die hier sonst immer stand, haben wir an die Wand gepinnt. Ja, das will aber Max gleich noch mal echt so mal zeigen, ne? Das willst du mal ausführlich zeigen, deinen neuen Arbeitsplatz, ne? Richtig. So, und dann müssen wir noch mal gucken, was ist hier mit den Ranzen, mit deinen Rucksäcken hier. Na ja, ich muss noch ein bisschen aufpassen, ich meine, da liegen noch Kabel und so. Ja, dann komm, nimm die mal, alle weg. Ich weiß auch nicht, ich wundere mich. Was ist mit der Tastatur? Die kann auch umruhen. Und was machst du hier? Das Kabel zum Beispiel, das ist, glaub ich, kaputt, ne? Das WLAN-Kabel. Äh, WLAN? WLAN-Kabel. Jo, gerade Kurve. Also, das LAN-Kabel, das ist irgendwie, hatten wir bei uns im Keller, geknickt. Keine Ahnung. Okay, was kommt noch, was ist mit dem Stuhl da? Den brauchst du wahrscheinlich noch, ne? Wenn du hier mit erstmal was aufnehmen willst? Ja, dann musst du einfach wo hin. Der kann doch da hinten in die Ecke rein. Ja. Oder? Passt das nicht. Sollte eigentlich passen. Das muss man hier hin. So, hier muss ich mal so ruhig. Nee, nee, nee. Was ist hier mit? Komm weg. Ich muss hier mal ein bisschen Platz machen. Da hinten in die Ecke soll der Stuhl. So lange du den ... So lange ... Ach, weißt du was, wir können eigentlich ... Ja. Genau. Wir lassen den Stuhl schon mal hier stehen. Weil nämlich heute die Verlosung noch gemacht wird von den ganzen Star-Wars-Figuren. Von Jyn Erso und ... wie heißen die noch? Stormtrooper und K2SO oder so. Aufgelost. Die werden heute verlost, ja. Ja, die sechs große Figuren, ne? Aber für wie lange? Was meinst du mit wie viel lange? Oder werden die Leute jetzt aufgelost? Wir wollen die gleich auslosen, genau. Wir losen das aus, wer die Figuren bekommt. Und dann schicken wir uns ihre Adresse. Damit wir das auch wegschicken können. Ja. Und dann schicken wir denen das per Post. Vielleicht kriegen ich's dieses Jahr noch vor Silvester. Okay. Mal sehen, wie schnell wir die Adressen kriegen. Ja. Und dann ... ... haben wir ein paar Star-Wars-Figuren weniger hier. So, das Zimmer sieht doch schon ganz gut aus hier. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was ist das eigentlich? Das hier drunter. So, das ist jetzt ein Kabel hier, ja? Ja, ein Kabel. Das kann auch weg. Das ist das, was du nach Weihnachten kriegst. Was ist hier? Ja. Was ist hier? Musikmaker 17. Das soll eigentlich in seinen Schreibtisch. Quellen wir C-D dazu? C-D. Ähh.. ... C-D dazu. Ein Sack. Machen Sie? Das funktioniert ja schon alles hier. Ja, wir haben ein Sei gemacht. Super. Das war auch das Wichtigste. Und jetzt guckt euch mal das an, ich glaube, ich spinne. Das hab ich heute Morgen auch ... Hast du das da hingestellt? Ja. Das hab ich geschenkt bekommen. Doch nicht am Bett. Das haben wir auch mal hingestellt. Wenn man nachts Hunger hat, kann man immer so eine Portion Schokokrossis essen. Brauchst du das? Ach so. Oder Schipsis. Ja, ich bin der. Ach gut, dein Schokoweihnachtsmann. Papa, ich geh mal rum. Brauchst du denn? Ich glaub, das gehört Max hier, ne? Ja. Ja. Wir müssen nur noch saugen, ne? Wir saugen, der muss ja noch. Okay. Ja, warum soll das nicht? Was denn? Das, was du mir eben gegeben hast. Alter, ist das nicht her. Ja, das ist ja deins, was du brauchst, ne? So. Cool. Das ist mir zu sein. Ach so, das brauchen wir. So, dann ist unser Zimmer hier ... Nein, Max Zimmer wohl fertig, ne? Ja. Oder? Ich denke ... Ja, dann war das unser Video hier. Unser Max Zimmer Aufräum Video. Genau. Ne Roomtour gibt's denn bei Echt So? Ja. Ich glaub, hier ist doch Echt So gerade auch aufgerufen, oder? Äh, nein. Hier, Echt So, das ist der Kanal von Max. Und warte mal, ich mach gleich mal meine Färben hier. Was? Warte, ich will noch mal, ja? Esch will auch noch was zeigen. Was willst du denn zeigen? Eschweil. Ah, genau, hier. Eschi. Das mit diesem Logo waren wir doch irgendwann mal bei unserem Onkel bei ... Da waren wir an der Kieler für heute. Mhm. Spazieren. Jo. Okay. Mama macht noch ein bisschen Staubsauger und sie saugt gleich noch ein bisschen. Ich? Das war's. Unser Video ist zu Ende. Genau. Und dann gibt's noch eins zu sagen, ne? Ja. Männer? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sieht man dich überhaupt hier? Tschüss. Ja, sieht man. Tschüss. Tschüss. Tschüss.